Er gibt die Mürden Kraft, die Kraftlasen macht er stark. Alles, was ihr von André erwartet, das tut es auch ihr Hörner. Darin besteht das ganze Gesetz und die Propheten. Das ist alles, was du tun müsstest. Das tut es schön, bitte sagen, dann kriegt ihr was. Sucht, dann findet ihr was. Pumpert, dann macht man euch auch die Tiere auf. Jesus hat gesagt, ich bin zu euch gekommen, damit es euch gut geht. Damit ihr alles habt, was ihr zum Leben braucht. Der Herrgott hat alles angeschaut, was er gemacht hat. Es war wirklich gut.